Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir lassen ihn noch einmal in die Luft fliegen. Oh mein Gott, Leute. Sandy, den letzten Pfeil gebe ich dir. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, wenn ich den letzten Pfeil gebe und wir können ihn nicht töten, dann wäre blöd. Nimm du den letzten Pfeil. Ich suche meine. Schau dir den Enderdrachen an, Sandy. Siehst du ihn? Ja. Was ist das jetzt? Ist tot? Laser! Bist du hier mit dem Enderdrachen? Wir haben den Enderdrachen getötet, Sandy. Ich bin hier Laser.